So, kann ich ja auch mal gucken. Jetzt muss nämlich die Suki auch sehen, wenn wir so eine gewisse Spielzeit mit mir hast, kriegst du ein Ein-Tages-Booster, dann musst du ganz viel spielen. Was ist denn das A? Das A. Es ist... Okay. Was ist das, wenn ein Lück dir den Kehl geklaut hat? Puh. Das ist mit der ältigste Unterstellung. Voll mein Thema. Mhm. Voll am Thema, vorbei. Ein Thema für die Katze, Wollknäule. Mhm. Nee, nee. Federn. Eindeutig. Federn. Ach ja, sie ist ja so kitzelig. Am besten mit Glitzer. Guck mal, ich hab eine schöne Feder mit Strasssteinen. Ja, sehr sinnvoll ist das nicht, aber okay. Hobsai es glitzert, ne? Und das ist eine Feder. Ja, mein Hasi war ja jetzt auch krank. Also von daher, ich bin auch schon sehr froh, dass der noch am Leben ist. Ja, ist ja nicht mehr der Jüngste, der kleine Kater. Doch, der ist niedliche 14 erst. Okay, das geht noch. Der hat dann noch 15 Jahre, 16 Jahre vor sich. Mitten ist denn es? Ja, das war auch meine Einstellung. Ich erzähle das Rumor auch immer. Immer wenn er mal so ein Niesanfall oder so, du musst 30 Menschen Jahre alt werden. So, entweder das oder Ratter. Mal gucken, was der Rest nimmt. So, Suki ist wieder ein Bienchen. Oh, ein Fenrir. Damit hätte sich Ratter erledigt. So, Kacher, was willst du? Ja, ein Guardian. Aber warum denn nicht? Jetzt ist alles so an. Mit den Mönch-Mages komme ich nicht an. Mäge können wir auf jeden Fall noch gut gebrauchen. Ja, ja, da bin ich mal nicht so. Oh Gott, denn. Aber kein normaler. Ja. G-I-B-1. Sieht immer schön aus, wenn er durch die Gäste fliegt. Das war echt so eine selbbare Plattform. Das war auch ein Belohnungszeugs von dem Odyssey Games. Aha. Also vor deiner und auch leider noch mehr oder weniger formaler Zeit. Du kriegst halt immer mal Sachen, die du dir mit den Games und so kaufen kannst. Da ist halt auch der Rahmen her, den ich habe und sonstiges Krams. So, was haben wir denn? Okay, Vergewaltigungsmaschine ist schon mal mit am Start. Eine Arachne, das kann auch böse werden. Nox. Und Belohner kommt drauf an, wie er so spielt. Naja, auf in den Untergang. Das wird doch klappen. All right, let's get it on. Aha, ihr hört alle danks haben. Ich bringe euch Liebe. Jui. Oh Gott. Seht schon mal mit an. Herzchen! Mana vergeuden. Ja. Einsam den Krieg, Mana wieder. Warum mach ich's wohl gerade? So. Schönen guten Tag. Immer mitten ins Dicht. Ja, schon klar. Ach, wenn ich gerade hype durch das Vieh durchgliffen und ihn mir ja voll auf den Brustkorb schlage, aber nicht heiß. Keiner nimmt den. Ich bin den Keiner nimmt, nämlich nach Menn. Ich bin den Keiner nimmt. Nimm mich nach Menn. Der Damage könntest du auch nehmen. Oder willst du lieber Attack? Attack Speed, das ist schneller. Schmeißt du mir mal Essen den Okami? Liegt. Gut. Bevor ich hier mit dann 400... ...Mähkliegen... ...hier da reingehe. Bing, bing, bing. Nein, nein, nein. Das macht Spaß. nicht bewegen nicht bewegen wenn der counter gegen ende geht wenn das ding zuge kurz bevor der letzte ich sag jetzt einfach was da geht mäßig chevron einklink einfach stehen bleiben ansonsten wirst du gestand was macht unser fan wie er bitte dinge mist das fällt unter dinge er spielt liebe für euch macht schaden moment muss ich die noch endlich mal sehr schön für dich die böse macht na los fernrede die möpsi verkloppt mir das richtige für dich wieder liebe für euch erwartet ich habe so eine nox am würzel ich habe gerade ein haar von den augen rumpf wedelt zum glück bin ich noch hinten so erstmal liebe habe ich für euch ja ich bin kurz heilen eine belohne zum frühstück ach nee kali auch gut belohne es raus gerade kann ich kam rein ist doch nicht wehlerisch hauptsache es gibt was zu essen ich stehe ich wenn wir da für dich für die mensch nein dann würde ich hier so kleine ja als wir die granaten füsten so ungefähr oder so pestkügelchen nicht ich will sie ich will sie ah kache hat sie gekriegt die ist auf mich gegangen als habe ich wohl auch das recht sie zu töten ja ok dann bräuchte ich ja beim nächsten mal nicht zu helfen gut gut ich will diese beleidigten leberbrüste ich will diese killstealer anhalten war schon recht sovielte killstealer wir machen das nett und tschüss hp das schreibt mir denn jetzt wieder möglicherweise liegt das handy drei meter von mir weg rollo 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 boink ein maler spiel da kommt gar nicht für euch nein karni böse mein gott oh mein gott ja ok ich geh mal zurück ich muss mal hier weg au au this might be too big for me verdammte arachnisch tierchen mhm was gibt es denn noch für arachnisch tierchen die keine spenden sind ähm die kleinen orangen die mit zartbitter geschmack und äh die mit karamell füllung nicht mhm mhm Dreck Mist, elendischer. Nein, ich bin gesilenced. Voll, ne bist du gut. Ich hab das ja dann auch gemerkt. Ja, wegen dem Silence war ich tot, sonst wär ich weggekommen. Das war die Aussage. Ja, ja, ja. Da, 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 da. Schnell zurück. Oh. 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 Das könnte zu groß sein für mich sein. Und wer ist denn dieses Drecksschwarzteil immer? Das ist der Chivalanga. Keine Ahnung, was ein Chivalanga ist. Das Ding mit der Schleuder in der Flosse. Der Fenner ist ziemlich erkannt. Mist. Ja. Ist grad nicht mal so ne tolle Idee. Weil ewig kann ich den nicht beschützen. Ein Fluss hat gespürt. Ein Fluss hat gespürt. Ein Fluss hat gespürt. Ein Fluss zum Jut. Ja. Ist gut nah. Hm. Ist Microwasitheractus seats парäs nicht sonstig. uit du hum. Nicht nur die Branden pipesか 1956. disparate nach einer Flute verabschiedern ist gut klar. Da Na, Vergewaltigungsvieh. Nein. Das ist ein Tod. Doch, leider ist dem so. Ich habe doch so lange durchgehalten, nicht zu sterben. Ich auch. Wir sind ziemlich gleichzeitig gestorben zum ersten Mal. Ich habe dich mit in den Tod gerissen. Wofür stehen denn Kräften hier erheblich besser? Zum Spielen. Kriech, 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 kriech. Na, Fenrir kriegt man wenigstens noch. Fenrir kriegt gleich auf die Nase. Joa, der ist akro wie in irgendwas. So akro habe ich den selbst nicht gespielt. Kann gehen, aber muss nicht. Der macht gerade Spaß, wenn wir in Akro spielen. Oh, fuck. Kann man so sagen. Ja, Junge, ich kann dich nicht anschilden. Du musst hier nur wieder auch mal von allein weggehen. Nein, nein. Nein, Kali, verpiss dich. Komm, pisse in die Baseball rein, weil das ist wahnsinnig. Du, das hättest sogar wahr. Vielleicht können. Gott, ist die denn wahnsinnig. Ab einem gewissen Level allen Wahnsinn kann man da leider nicht schmecken wie Mako Meister. Schon recht. Da haben wir recht. Darüber lässt sich streiten. Fenrir wieder auf Akro Tour. Oh, ja. Viele, viele bunte Kill Assists. Eine penetrierende Kali. Aber tot. Two. Gleich mal wieder ein toter Fenrir. Herzlichen Glückwunsch. Das war knapp. Oh, shit. Huh. Die Kali... Also, ich glaube, die Kali und unser Fenrir würden gut zusammenpassen von ihrer Spielweise. Das ist, wie spielt man Assassin. Wenn man draufgehen will, ja. Ja, hallo. Oh, silence. Hallo, Arachne. Oh, Arachne. Natürlich. Und... Schlecht, wenn man stehen bleiben muss und die kleinen Spinner im Arsch hat. Ganz schlechte Kulierung. Rache. Für Suji. Das auch. So. Gut. Ich bin mal raus hier. Ich muss auch erstmal wieder zurück. Und Suji, wie gefällt dir das Spiel bis dato? Toll, eigentlich so. Was ist jetzt mit dem Charakter? Boah, böses Kaka. Ganz böses Kaka. Das war meins. Das würde ich jetzt auch sagen wollen, aber okay. Da hätten wir dann drum gestritten, wenn einer von uns ihn gekriegt hätte, ne? Wieso? Wieso, Junge? Hilfe, fuck it. Kritt, 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 kritt. Kali stirbt! Ja, die ist Multi-Heater. Dauert's. Ist da was passiert? Das hatten wir ja lange nicht mehr. Erinnerst du dich an die eine Clash-Runde, wo das in einer Tour kam, was richtig nervtötend war? Das hier ist ja noch harmlos dagegen. So. So. Oh, ich hab das gebildet. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. So voll. Oh, was für eine Überraschung. Der ist vorne reingegangen und der ist wieder verregt. Oh, hallo Arachne. Hallo noch mehr. Ich bin kurz weg. Ich bin kurz. Ich bin kurz. Noch ein paar Herzen für euch. Es ist nie zu spät für Herzen. Das klingt, dass wir heute da gerade von euch hier irgendwas vergewältigt. Das ist ja mein Kapper. Ach nee, das war mal Belohner. Mal was anderes. Ja, das ist halt wie es ist, wenn du stehen musst, entweder du bist gestunnt, wie gesagt, das ist so oder so tot. Wir waren klar am Führen und wenn das so weiter geht, verlieren wir das noch. Oh, diese verdammten kleinen Dreckspill. Der fliegt nicht durchs Netz, ich. Wenn es mir direkt in den Weg klatscht. Fresst Herzen! Der zwingt dich in ein Netz zu fliegen. Und Belohner. Überraschung. Und jetzt auch lebend reinkommen. Ja, so muss das laufen. Lebend reinkommen. Ich bin zwei Meter davor abgegangen. Ich habe zwei gekillt und bin reingekommen. Jetzt macht aber auch Schaden, Mädels. Alter, wo sind sie hingeschwungen? Ich habe keine Chance gegen die. Nein. Ei, 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 ei. Das war wirklich knapp. Ja. Und ich glaube, damit verabschieden wir uns dann auch langsam für heute aus dem Livestream. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann kann die Mitspieler, die mit dabei waren, Lück, Suki, Kacher, vielleicht mal wieder. Jo, rechnen wir an die übliche Stelle, ne? Genau. Rechnung an Kacher, wie immer. Und in dem Moment, wo wir uns verabschieden, kommt noch jemand rein. Hallo, Black Dream. Super, okay. Schade, wir hören jetzt leider gerade auf. Aber vielleicht bist du ja beim nächsten Mal wieder dabei. In dem Sinne, bis dahin. Tschüss.